Du hast dann vier Frauen gedatet oder wie? Ja. Und da war keine dabei? Ne, ich erzähle es mal ganz kurz, kurz vor. Ich habe immer gesagt, ne gefällt mir nicht. Das war's, gefällt mir nicht. Aber ich habe kein Interesse. Und dann irgendwann mal beim zweiten, ja aber du musst einen Grund nennen. Was denn der Grund? Gefällt einem einfach nicht. Passt nicht. Ich glaube, an Frauen mangelt es nicht. Er ist ja jetzt auch nicht hässlich und er ist ziemlich unterhaltsam und liebenswert. Da war so eine Dame zum Beispiel am Blagger vorher, glaube ich. Da meinte sie so, willst du mir näher rücken? Sie wollte, dass du ein bisschen näher rücken. Da habe ich gesagt, nein. Ich hatte auch Angst davor, so in einer Beziehung zu sein. Meine Frau, die wollte ein Macho, glaube ich. Man sollte ihr sagen, was sie zu tun hat. Und da habe ich gesagt, nee, ich finde das gar nicht gut. Ich will hier gar nicht, ich will hier gar nicht kommandieren oder so. Oh Mann, du bist so süß, ey. Menderes hat natürlich eine wundervolle Frau verdient, die ihn sehr zu schätzen weiß und ihm wirklich auch das Gefühl gibt, dass er was ganz Besonderes ist. Was ist so dein Typ Frau, wenn die das da nicht war? Ich kann das nicht sagen. Ich habe hier ein paar nette Damen kennengelernt. Da war es schon so, wo ich mich gut wohlgefühlt habe, waren welche dabei, so sage ich mal. Ich glaube, Menderes hat ab und zu schon mal mit mir ein bisschen geflirtet. Also auf freundschaftlicher Ebene natürlich. Das heißt ja nicht nur, weil ich mich verstehe, heißt es nicht, dass dann bei der Gegenseite auch Klick macht. Weißt du, was ich meine? Ja. Wobei ich manchmal das Gefühl habe, dass er mich ganz gut findet. Wie, wenn du dir jetzt so wünschen könntest, wie deine Traumfrau sein soll. Wenn die mir gefällt, das ist dann egal. Das muss halt Gesamtpaket muss stimmen. So, ich mache jetzt einen Dating-Aufruf für Menderes. Hier muss aber jetzt irgendwas Witziges stehen und irgendwie so lustige Musik muss jetzt noch dann dazu kommen. Also, wenn du lustig bist, aufgeschlossen und Lust hast, einen sehr ordentlichen, liebenswerten, reinlichen, unterhaltsamen, wunderschönen Typen kennenzulernen wie Menderes, dann gerne mit Fotos, damit Menderes schon mal so einen kleinen Eindruck kriegt und er besser aussortieren kann. Und wir hoffen natürlich, eine Traumfrau für Menderes zu finden. Ich bin nicht verzweifelt, also suche... Nee, das soll's doch nicht. Genau. Wer sucht, findet nur Mist. In der Regel.